Eieieiei, von daher wünsche ich euch jetzt erst mal noch einen wunderschönen guten Abend, vielleicht bis morgen, schauen wir mal und ja ansonsten geiles Spiel bisher würde ich sagen, schreibt gerne mal eure Meinung dazu rein, bis dann genau da rein, tschau kakao! Tschau! Ist untergegangen, klar. Wow! Fucking high! Er greift mich einfach an! Ich krieg ohne mit zwei Münzen, ich dachte das geht gar nicht. Ich dachte echt, das geht nicht. Extrem selten. Komm wieder! Was? Serious? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Jetzt nicht mehr. Ich weiß es. Eieieieie! Dein Ernst! Ich hab wieder dafür, ne? Oh man. Die wollen mich doch fahren! Ohne Witz! Vier Mal! Extrem selten! Garantiert ist hier sein Kollege. Ja! Ja! Ich hab den Kollegen mit nem Schlag ausgenommen! Komm! Ohin! 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 Der hatte ne Shotgun und schießt auf mich! Ich geb ihm einen Schuss! Zack! Schau da an! Wo sind die? Wo sind die? Bei die? Die kämpfen hier! Die kämpfen wie die grössten Mahlen, die es gibt! Das muss ich klippen! Das muss ich klippen! Das muss ich klippen! Ich ziehe jetzt die Ziele im Spiel! Noll! Nein! Das äh ja! Das war jetzt sehr geil! Und! Kein Damage! Loil, dass du keinen Schaden genommen hast! Krass! Pro-Move, Freunde! Luchterlacke, Alter! Pro-Move! Loil! Ich hab's nicht verdient! Ich hab's nicht verdient! Ich hab's nicht verdient! Oh! Ja! Willst du mich fahrschneid! Aber zu ne Zeit! Ich bin zu blöd! Ich bin zu blöd dafür! Ne, ist mein Handel! Hä? Junge, komm klar, was soll das? Ja was soll denn das? Ich erkenne da nix, alter, nix. Ja, für Spaß. Fuck. Das war mega dumm. Ich wurde von meiner eigenen Pfanne ausgetrickt. Von der eigenen Pfanne in die Zone und dann dran gestorben. Noch schlechter als ich. Oh Gott, der King, alter. So, jetzt seht ihr den Dive-Bomb-Meister, ja, Kappa. Er ist erledigt. Geschützer wartet Befehle. Huhuhuhu. Bäm. Gegner. Kommst du? Hier ist ein Gegner direkt vor mir. Ist das ein Test, oder? Ich glaube es ist kein Test. Alter, wieso? Zwei haben... Zwei haben schon gelesen. Zwei haben schon gelesen. Halte gedrückt. Hauptsache vor hier. Ja, aber was... Halte gedrückt. Was ist das eine Scheiße? War das kein Test jetzt? Ach, man musste mich zerplatzen lassen. Sehr schön. Wow. Profis am Merkle... Wuhu. Nein! Oh, come on. Oh, wie kack. Hier ist nix drin, glaube ich. Oh, Platten. Muss irgendwas scheiße sein. Handanovic. Wuhuhu. Ohohoho. Bäm. Damit hat er nicht gerechnet. Also, ich hab eigentlich auch nen Beauty-Kanal. Rob's name is Beauty-Op. Ich bin... In der Möglichkeit jetzt heiße ich Bibi. Ich hab ne... Schlechtes-Op. Ich hab ne... Schlechtes-Op. Ja... Trans-Bibi. Trans-Bibi. Neues Format auf YouTube. Okay. Ja. Okay. Schlechtes-Op. Bude! Uiuiuiuiuiui Kannst du mich dann fürs nächste Switch einladen? Ja, ich las dich ein Ist grad Sturm? Ja Weihnachtsmusik-Bipros, no? Nein! Ich guck auf den Schiff Da rutscht sogar das Headset vom Kopf Und das Gamepad fällt runter Take it to sich